Hallo, willkommen alle zusammen. Zuerst, ich finde es super, dass ich hier sein kann. Ich war ein bisschen schockiert und fasziniert, wie viele Leute sich für Quantencomputer interessieren. Für mich ist es ziemlich speziell, es schließt sich ein Kreis. Das erste Mal, als ich am CCC war, war in 2001, denn ich war immer noch ein Schüler und ich kam von meiner kleinen Stadt aus Deutschland. Und wenn ich hier angekommen bin, es war für mich ein magisches Wunderland. Leute machen super coole Sachen, wie Schlösser und Physikstudierende zeigten, was sie machen und erklärten die Physik dahinter. und das war eigentlich die Art, wie ich mein Interesse daran fand in Physik. Heute möchte ich gerne mit meinem Vortrag auch so Leute darüber interessieren, für Quantencomputer und die ganze Physik dahinter. Also, wie gesagt, mein Vortrag wird über Quantencomputer-Seite und ich zeige euch viele Resorte von verschiedenen Gruppen und einige sind von meiner eigenen Doktorarbeit. Zuerst möchte ich gerne all meinen Kollegen danken und meinem Professor. So, das ist die Motivation für mich. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, es gibt vieles in den Medien über Quantencomputer. Es wird immer wieder die neuesten Resultate gezeigt und da war diese große Ankündigung von Google, dass die ein Superconducting-Quantencomputer bauen. Es gibt viele Informationen rund um uns und Quantencomputer werden alles ändern für uns und sagen, die werden nie richtig arbeiten und ich möchte jetzt euch zeigen und erklären, was Quantencomputer überhaupt ist, was wir wollen und wie es funktioniert. Also, die Outline ist, warum möchten wir das, dann wie kann man interessante Probleme damit lösen, wie zum Beispiel Passwörter quacken und dann möchte ich euch zeigen, wie baut man einen einfachen Quantenprozessor und zum Schluss möchte ich die letzten Fortschritte im Quantencomputing zeigen. Also, was ist die Geschichte von Quantencomputing? Der Anfang kann zu den 80ern zurückdatiert werden, wenn die Physiker klassische Computer benutzen, um ihre Probleme zu lösen. Damals sagen Leute, dass es schwierig ist, Systeme zu simulieren mit klassischen Computern und wenn die... Und in einer berühmten Konferenz 1991 hat Richard Feynman einen Vortrag darüber gehalten und darüber geredet, wie man einen Quantencomputer baut und wie man auf einem Computer Quantenmechanik simuliert. Am Anfang wollte man einfach ein Device bauen, ein Gerät bauen, mit dem man quantenmechanische Systeme simulieren kann und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir können sehen, dass ein Quantencomputer stärker ist oder besser ist als ein klassischer Computer, denn er kann Quantensysteme simulieren und vielleicht ist er deshalb besser, andere Sachen zu lösen, irgendwelche abstrakten mathematischen Dinge. Und das ist wirklich so und jetzt will er uns zeigen, wie du so das hörst. Um Quantencomputing zu verstehen, müssen wir erst klassisches Computing anschauen und ich werde euch viele Konzepte zeigen, die uns helfen werden, wie genau Quantencomputing funktioniert. Also, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, Computer benutzen Bits als Informationseinheit und ein Bit ist entweder 0 oder 1 und heutzutage, wenn man über Bits nachdenkt, denkt man wahrscheinlich über eine Spannung in einem Stromkreis nach und man hat einfach zwei Stufen und die eine Stufe steht für 0 und die andere für 1 und der Unterschied ist so 5 Volt zum Beispiel. Was man mit Bits so machen kann, letztliche Dinge, wir brauchen ganz viele und wir tun sie in ein Register und wir können das einfach durchzählen von unten nach oben. Wir haben NBits und wenn man alle Zustände anschreiben will, von 0,0,0 bis 1,1,1,1,1, kann man das einfach ausrechnen und das sind 2 hoch N Zustände für N Bits. Also es ist eine ziemlich effiziente Art, Informationen zu speichern. Viel besser als zum Beispiel Schrift und jetzt wie man Bits miteinander kombiniert, man braucht Türen und man hat auf der einen Seite Eingaben und auf der anderen Seite hat man eine oder mehrere Ausgaben und es gibt universelle Gates, die für allen Computern benutzt werden, zum Beispiel das Gate, was wir hier haben, das ist das NAND-Gate und das ist universell in dem Sinne, dass man aus diesem Gate alle anderen möglichen Gates nachbauen kann, indem man das da kombiniert. Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen, um anzufangen, Probleme zu lösen mit Computern. Also als Beispielproblem, stellen wir uns einfach vor, wir haben einen Führer, der eine Rakete abschießen will und um die Rakete abzuschießen, brauchen wir ein Passwort und wir müssen checken, wir müssen überprüfen, ob das Passwort korrekt ist und wir brauchen dafür eine Funktion, die das für uns macht und die Funktion, die ihr seht, die heißt FJ und die hat N Eingangsvariablen auf der linken Seite und eine Ausgabevariable auf der rechten Seite und die Ausgabevariable ist immer 0 für alle falschen Passwörter und 1x1 für das richtige Passwort. Und das heißt, wenn wir jetzt links genug Inputs haben, das Inputregister groß genug machen, dann haben wir ein ziemlich sicheres System, weil es gibt nur eine richtige Lösung von 2 hoch N. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie wollen wir dieses Passwort knacken und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man ein System baut und man kann vielleicht rausfinden, wie man die Funktion versteht, aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir die Funktion nicht verstehen, dass die für uns komplett schwarz ist und wir müssen jetzt einfach alle Möglichkeiten ausprobieren, um zu sehen, ob, wie, was das richtige Passwort ist. Und wenn wir einen Computer wollen, dass wir die Aufgabe dem Computer geben wollen, müssen wir ihm sozusagen einen Algorithmus geben, der einfach Schritte hat, die er befolgen muss und dann letztendlich bekommt das Passwort raus. Und dieser Algorithmus hier ist einfach, wir setzen das Register zum ersten möglichen Wert und der ist in dem Fall is gleich 0,0,0,0,0,0,0,0,0. Und dann rechnen wir die Funktion von diesem Zustand aus und wenn es das richtige Passwort ist, dann ist die Funktion 1 und dann kommen wir durch, haben das System geknackt, aber naja, meistens wird es sicher nicht 0,0,0,0,0 sein, also ist es inkorrekt und wir gehen wieder von oben hin und dann machen wir einfach plus 1 und dann ist 0,0,0,1 am hinten und dann machen wir das Gleiche und dann immer wieder wiederholen, bis wir fertig sind. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie effizient ist das überhaupt? Und das ist ziemlich einfach zu beantworten, denn wir haben n Eingangsvariablen und das heißt, wir müssen die Funktion n mal benutzen und im besten Fall müssen wir es nur einmal die Funktion aufrufen und im schlechtesten Fall dann eben n mal und im schlechtesten Fall ist es eben 2 hoch n und das heißt, wenn wir 1 Bit dazu nehmen, also wenn wir die Passwortlänge um 1 Bit erhöhen, müssen wir doppelt so viele Zustände überprüfen und das Schlimmste an eben dieser Passwort zu knacken ist, dass die Funktion f ziemlich aufwendig sein kann. Bitte denkt dran, wenn wir darüber nachher reden, werden wir diesen Graphen später nochmal erzielen. Das ist soweit alles, was ich euch hier über klassisches Rechnen erzählen wollte. Jetzt werden wir uns Quantencomputing anschauen. So, wollen wir erstmal wieder mit den einfachen Sachen anfangen. Wie in einem klassischen System hat man in einem Quantensystem eine Fundamentaleinheit der Information, das ist hier das Quantenbit oder auch Qubit. Wie der Name schon sagt, das handelt sich um ein quantenmechanisches Zwei-Level-System. Ein Qubit ist ein relativ abstrakter Begriff, aber man kann es sich vorstellen als zwei Zustände in diesem System, den Zustand 0 und 1. Dieses Atom hat zwei Zustände, die man hier durch dieses komische Symbol oben ausdrückt. Jetzt ist die Merkwürdigkeit an diesem quantenmechanischen System oder allgemein quantenmechanisches System, dass es eben nicht nur in 0 oder 1 sein kann, sondern eben auch in beiden Zuständen gleichzeitig. Deswegen können wir die quantenmechanische Wellenfunktion, die Sie hier unten sehen, als Linearkombination der Zustände schreiben. Es ist eine Summe aus dem Zustand 0 mit einem gewissen Faktor davor und dem Zustand 1 mit einem weiteren Normierungsfaktor und dazu noch etwas wie einer Phase. Das führt dazu, dass man darauf Arithmetik betreiben kann. Es ist am Anfang ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt an die Hand geben, dass man sich das vorstellen kann als eine Teilchenwelle, wenn man das hier sieht. Stellen Sie sich vor, Sie haben von links eine Teilchenwelle, die durch eine Schranke muss, die zwei Öffnungen hat. Daraus gehen diese Wellen hervor. Es ist irgendwie ein einzelnes System, aber es zeigt auch gleichzeitig eine Interferenz durch den Überlapp der beiden Wellen. In dem Fall kann man auf gewisse Weise die Wellen, die dabei auftreten, addieren oder subtrahieren. Und ähnlich ist es beim Qubit hinterher. Der zweite Unterschied im Vergleich zur klassischen Bit ist, dass man sich mit der Messung des Zustandes befassen muss. Im Klassenfall ist es einfach. Man kann einfach sehen, ob es 0 oder 1 ist. Bei quantenmechanischen Systemen ist es bedeutend komplizierter. Jedes Mal, wenn wir das System messen, ändern wir dabei auch den Zustand. Wir haben jetzt hier rechts ein Gerät, das uns sagen soll, was der Zustand ist. Wir messen damit jetzt das quantenmechanische System links. Wir schalten jetzt das Messgerät an und versuchen zu messen. Und dabei passiert Folgendes. Die Wellenfunktion des Systems kollabiert. Das bedeutet, es entscheidet sich für einen Zustand. Wir haben jetzt hier 0 zum Beispiel bekommen mit der Wahrscheinlichkeit a. Oder man kann eben den Zustand 1 erhalten mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus a. Das ist relativ speziell bei Quantensystemen im Vergleich zu anderen. Und das macht es unter Umständen schwierig, das zu messen, was man wirklich erhält. Genau wie im klassischen System braucht man nicht nur ein Bit, sondern viele. Deswegen bauen wir uns jetzt ein Qubit-Register mit verschiedenen Qubits. Wir zählen sie einfach wieder durch, von oben nach unten, von a bis z. Und wenn man jetzt die Gesamtwellenfunktion aufschreiben will, multipliziert man einfach die Einzelwellenfunktionen, so wie es unten aufgeschrieben ist. Da das unter Umständen schwierig zu reden ist, schreiben wir das in einer Kurzform. Die sieht dann so aus. Das ist ein Multi-Qubit-Zustand und jeder einzelne Qubit davon ist in dem Zustand, so wie es die Buchstaben beschreiben. Eine Schlüsseltechnik bei Quantencomputing ist, dass man eben eine Überlagerung haben kann, bzw. einen überlagerten Zustand von mehreren Qubits. Vor zwei Folien haben wir gesagt, dass die Qubits immer in mehr als einem Zustand sein kann, nicht nur 0 oder 1. Und jetzt wollen wir einen Zustand erzeugen, wo jeder einzelne Qubit hier in mehr als einem Zustand sein kann. Das Gesamtsystem dann in einem überlagerten Zustand. Vorne sehen wir eine Normierung. Der Unterschied ist jetzt, wir müssen jetzt die ausmultiplizieren, die Einzelwellenfunktionen der Qubits. Und dadurch erhält man die Gesamtwellenfunktionen. Dazu muss man jetzt hier die Klammern auflösen. Das machen wir jetzt n mal. Und dadurch kriegen wir einen Quantenzustand mit zwei hoch N Zuständen in Überlagerung. Von 0 bis alle Zustände 1. Das bedeutet, in diesem Register haben wir alle möglichen Zustände der Qubits gleichzeitig. Das ist natürlich wirklich aufregend. Das ist einer der Hauptgründe, warum Quantencomputing interessant ist. Übernimmt. All right. And yeah. Also, häufig, weil diese Terme ein bisschen normalisieren, wenn ich eine State schreibe, so you would often see them like this. Du siehst, wir sehen diese häufig so dargestellt. Also der letzte Schritt wäre diese Quantum-Gitter, wie die klassischen Gates. Wir nehmen eine Nummer von Input-Gates und der Unterschied jetzt ist, dass jetzt, da wir ein quantum-mechanisches System haben, müssen wir auch ein Quantum-Gate haben. Das heißt, einige Dinge, dass Dinge, die in der klassischen Computing möglich waren, jetzt nicht mehr möglich sind, wie zum Beispiel das Kopieren von Qubits. Aber immer noch, die klassischen Computer existieren immer noch. Das heißt, es gibt immer noch Gates, die uns erlauben, dass wir immer noch diese klassischen Operationen durchführen können. Okay. Wenn wir jetzt alles kombinieren, was wir gelernt haben über diese Supersposition von diesen Quantum-Gates, sehen wir, wenn wir das anwenden, unser Quantum-Gate anwenden, kriegen wir einen Output, der das Produkt aller Input-States gibt, multipliziert mit dem Wert. Das ist, wir haben diese Quantum-Funktion nur einmal angewendet, aber haben gleich alle Schritte gleichzeitig ausgeführt. Das nennt man ein Quantum-Parallelisieren. Das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist das Quantenverschränkung. Das ist ein Konzept, das man so unterstehen kann. Wir haben zwei Qubit-States. Der erste ist im Status 0 und der andere im 1. Dann wenden wir eine Funktion f auf diese zwei Qubits. Und der Effekt ist, dass für diese zwei Inputs, wir kriegen einen Output, der so aussieht, das ist eine Superposition unserer 0 und 1 Zustände. Dieser Zustand ist ziemlich merkwürdig, denn wenn du siehst, wir können diese Qubits nicht mehr einzeln schreiben, also wir können die nicht mehr ausfaktorisieren, also das erste und das zweite können wir nicht mehr ausfaktorisieren. Die beiden sind beide darin vorhanden. Wenn wir jetzt messen würden auf dem ersten Qubit, so wie wir das vorher gemacht haben, und vorhin war die Wahrscheinlichkeit, 1 zu messen, 50 Prozent, beziehungsweise 0 zu messen, 50 Prozent, und was jetzt merkwürdig ist, wir haben auch also den Wert des zweiten Qubits geändert. Das ist merkwürdig und das heißt, es gibt eine Geisterinteraktion zwischen dem ersten und dem zweiten Qubit. Also wenn wir etwas am ersten Qubit machen, haben wir auch Einfluss auf das zweite. Einstein hat ein berühmtes Paper darüber geschrieben, das EPR-Paradox, wo er argumentiert hat, das ist der Grund, weshalb Quantum Mechanics nicht komplett ist. Wir können das brauchen, um unsere Computer zu beschleunigen. Das war jetzt sehr viel über dieses Thema. Deshalb möchte ich kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben. haben gelernt, Qubits sind zwei Level-Systeme, die können superpositioniert werden, also von Status 0 und 1, wenn wir eine Messung führen zu einer Produktion des Werts und wir können diese auch verschränken. Also, zurück zur eigentlichen Sache. Wir möchten immer noch dieses Passwort finden. ein Launch-System. Now, let's imagine that we have a Stellt euch vor, wir haben eine Blaupause dieser Funktion und wir möchten eine Quantenversion davon implementieren. Wenn wir das machen können, so wie wir das vorhin gemacht haben, also eine Superposition, calculate the function operator f, j, and then obtain the values of the password-hashing-function for all possible input states. Wenn wir das anwenden, finden wir auch automatisch den korrekten Wert des Passwords. Also haben wir unsere Probleme gelöst. Wir haben den Status identifiziert, wo das korrekte Passwort drin ist. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist den richtigen Wert zu finden. Was wir jetzt dafür machen können, ist einfach das Messen eines jeden Kubits, nach dieser Rechnung. Aber wie ich euch gesagt habe, jede Messung ändert diesen Kubit-State und ändert auch die anderen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir den richtigen Wert messen, ist nur 1 über n. Und die Wahrscheinlichkeit, das Falsche zu messen, ist 1 minus 1 über n. und das ist ziemlich schlechte Nachricht. Und das ist das Dilemma der Quantenmechanik. Weil wir können die Funktion evaluieren, aber wir sind nicht fähig, die richtige Lösung darauf zu extrahieren. Was können wir also tun? Es gibt eine Lösung für dieses Problem, das ist der sogenannte Grover-Algorithmus, der wurde 1969 von Grover entdeckt. Es gibt uns eine Möglichkeit, diese Lösung auf diesem Quantensystem zu kriegen. Wir fügen eine komplizierte Art von Gate an diesen Grover-Operator an und wiederholen das eine Wurzel n Mal und wenn wir das gemacht haben und der Algorithmus hat uns diese Amplituden jetzt einfach transformiert und wenn wir jetzt messen, haben wir die Wahrscheinlichkeit von fast 100% die richtige Antwort zu finden. Das ist natürlich großartig. Also wenn wir die Effizienz von dieser Grover-Suche machen, ich habe das jetzt für 10 Qubits mal dargestellt. Mit 10 Qubits sind das 1024 also Ende 1024 und wenn die Wahrscheinlichkeit hier auftragen gegen die Nummer von diesen Grover-Rechnungen die Wahrscheinlichkeit ist am Anfang ziemlich klein aber wenn wir das immer wieder wiederholen dann sehen wir dass diese Wahrscheinlichkeit immer größer wird und wir erreichen fast 100% nach ungefähr 25 Eterationen. Das ist ziemlich cool weil wir wissen wir müssen nicht 1000 Mal das evaluieren sondern nur 25 Mal. Wenn wir zurückgehen aus diesem Graph von vorher wo wir die Nummer von der Version von F gegen die wenn wir das jetzt vergleichen sehen wir dass der Quantenmechanismus viel schneller ist wie der klassische weil es geht mit Wurzel auf N und nicht mit N da wird wir die richtige Lösung finden. Also wenn Leute euch sagen dass Quantum Computers schneller sind das klassische ist das was sie eigentlich meinen dass vor Quantum Computer Algorithmen existieren die das schneller berechnen können als die klassische Version und der Unterschied ist nennt man Quantenbeschleunigung in diesem Fall ich habe dieses Beispiel genommen weil es einfach zu erklären ist und es ist auch schön zu zeigen die meisten von euch kennen wahrscheinlich Quantum Computing eher vom Schor Algorithmus die meisten klassischen asymmetrischen Methoden basieren auf dem Fakt dass es einfacher ist eine große Nummer zu kriegen wenn man die Multiplikation von zwei großen Zahlen ausführen aber es ist schwierig das umgekehrt zu machen und diese Nummer daraus wieder rückwärts zu kriegen der beste Algorithmus für den klassischen Wert ist das was ihr hier seht das ist dieser Schor Algorithmus wenn es das Problem mit Logarithmus durch drei löst das ändert die Laufzeit von solchen Algorithmus von Millionen von Jahren auf eine kürzere Zeit so viel ich weiß gibt es Entschuldigung wenn das ein bisschen zu theoretisch war und zu viele Gleichungen und jetzt möchte ich gerne zeigen wie bildet man eigentlich einen Quantumprozessor Es gibt viele verschiedene Antworten zu dieser Frage und ich habe vorher über Qubits als Atome gesprochen und das ist eine gute Analogie denn es gibt wirklich Quantencomputer die Atome benutzen die einfach gefangen sind in einer Falle und das ist zum Beispiel von einer Forschungsgruppe in Innsbruck und die fangen zum Beispiel Ionen in einer sogenannten Quantenformulierung Falle und die tun diese Ionen da rein als String und dann manipulieren sie sie mit Lasern und dann kann man eben wegen der Vibration von den Atomquantengates zwischen den verschiedenen Ionen produzieren und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit Quantencomputer zu machen und das Christensystem das bisher gebaut wurde mit dieser Art hat 50 oder 100 Quantenbits und worüber ich heute sprechen will ist Superleitenden Quantencomputer und das ist zum Beispiel von der Universität von Santa Barbara und die haben zusammen mit Google einen Quantencomputer gebaut und das ist das Ergebnis und wie ich vorher gesagt habe diese Quantenprozesse sind realisiert mit ganz dünnen Superleitern Schichten auf Microchips und wenn ihr nicht wisst was Superleitende Dinge sind die Superleiter sind Materialien die einfach die komplette elektrische Resistenz verlieren wenn die Temperatur niedrig genug ist und wenn man das Tolle ist an Quantencomputern wenn man nur ein paar davon baut wenn man es nur schafft ein paar davon zu bauen dann haben wir unser Ziel sozusagen erreicht denn in diesem Fall wir wissen schon wie man Mikrochips macht das heißt es wäre sehr einfach ganz viele zu produzieren wenn wir das einfach einmal schaffen und es gibt ganz viele andere Technologien nuklear magnetische Resonanz und alles was er sonst noch aufgelistet hat und er will nur sagen dass es noch andere Möglichkeiten gibt als die beiden die wir jetzt groß erklärt haben aber ja wir bleiben jetzt bei dem zweiten und ich will kurz noch erklären dass es ganz simple zwei qubit also das ist der ganz einfache zwei qubit prozessor den ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe und das war 2004 und was ich euch hier zeige ist ein Elektronenmikroskop Bild von meinem zwei qubit Quantencomputer und das ist sozusagen der kleinste Block aus dem man einen Quantencomputer zusammenbauen kann also wir schauen ja wirklich auf die kleinste Einheit die wir brauchen und es ist ein paar Millimeter in Größe und das wurde mit einem Material realisiert was bei minus 264 Grad supraleitend wird und wir haben das irgendwo reingepackt wo man Mikrowellen zu dem Quantencomputer zeigen konnte und jetzt fragt ihr euch wo sind die kubis überhaupt auf dem chip und die sind da im Zentrum wir können hier zwei davon sehen und wenn wir reinzoomen können wir sogar sehen man kann es hier nicht so toll sehen aber weil der Kontrast nicht so gut ist aber man kann sehen dass es ein großer Kondensator aus Aluminium ist und der wird dann supraleitend und das heißt dass der als Unterstützer für unseren Qubits funktioniert und auf dem Kondensator ist dann etwas was er adjusted injunktion nennt und das sind dünne Schichten von Supraleitern und die sind isoliert von irgendwas anderem und das nennen wir schlechten Kontakt denn wenn das System superreitend wird haben wir eine superreitende Wellenfunktion und diese Wellenfunktion kann tunneln zwischen den und dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit Kontakt zu haben zwischen den zwei Schichten von dem Kontakt und wir nennen das künstliches Atom denn es hat sozusagen einen Grundzustand und ein paar höhere Zustande und wir können das kontrollieren wir können das manipulieren indem wir Mikrowellen drauf schießen und das tolle daran ist dass die Oszillation da Geschwindigkeit viel niedriger ist als Atom also nur ein paar Gigahertz oder Megahertz und wir können die Qubits manipulieren indem wir Mikrowellen auf sie hinsenden und dann haben wir diese schlangenartige Struktur und wir können das uns vorstellen als Gitarrenseite die vibriert und dann haben wir diese stehende Welle und auf der einen Seite schirmt es das Qubit von der Umgebung ab und auf der anderen Seite erlaubt es uns den Zustand des Qubits auch zu messen hinterher So jetzt habe ich zuerst über zwei Qubit Gates geredet jetzt müssen wir noch irgendeine Möglichkeit haben dass die interagieren können wie wir das machen ist dass wir einen sehr kleinen Kondensator dazwischen schalten der die beiden koppelt dadurch dass man den Strom auf diesen Leitungen hier ändert kann man die beiden verschränken Das ist im Groben und Ganzen schon alles Um das jetzt zu betreiben haben wir diesen Chip auf einen Wellenleiter gepackt das haben wir jetzt auf einen Probenhalter gemacht der auch die Probe von Streufeldern abschirmen soll das ist ein Kryostat den Sie hier sehen der Halter ist unten angebracht im Prinzip ist das nur ein sehr elaborierter Kühlschrank das befindet sich bei minus 273 Kelvin also ganz knapp über absolut null das müssen wir weil auf der einen Seite wäre das keine Supraleiter wenn wir sie bei Raumtemperatur haben und auf der anderen Seite wäre es so dass wenn wir die Qubits bei Raumtemperatur betreiben dass sie dann mit der Wärme und der Bewegung der Umgebung interagieren würden deswegen brauchen wir eine sehr niedrige Temperatur um mit denen für lange Zeit einen Betrieb durchführen zu können das ist die Kurzfassung wie man das baut die lange Variante braucht bestimmt zwei Jahre und eine ganze Menge an Mikrowellen Justierung was ich Ihnen jetzt hier zeigen will ist die Ergebnisse von den Experimenten die wir mit diesem Aufbau gemacht haben wir sind jetzt wieder bei Grover Suche für zwei Qubits das ist kein wirklich realistisches Problem was man hier lösen will aber es ist natürlich eine gute Demonstration für das was man hinterher damit machen kann wir haben wieder zwei Qubits mit denen wir den Eingangszustand modellieren wollen dann haben wir einen iSwap Gatter zusammen mit diesen zwei Gates die hinten dran geschaltet werden die Funktion fj berechnet und das soll wieder das Passwort als das richtige markieren bei dem zwei Qubit Fall muss man den Grover Operator nur zweimal anwenden deswegen haben wir die gleiche Schaltung hinten dran nochmal und dann im Anschluss messen wir den Output und sehen ob es funktioniert hat was Sie hier sehen ist die Zeit auf der X Achse und die Höhe der Wellen die wir messen sehen Sie auf der Y Achse in Rot am Anfang sehen Sie zwei Mikrowellen Pulse die wir reinschicken dann schicken wir sie in das Multicubit Gate dann separieren wir sie wieder machen weitere Operationen drauf lassen sie nochmal durch den Grow Operator und dann messen wir den Output jetzt wollen wir natürlich sehen wie erfolgreich wir sind wenn wir das machen diese ganze Schaltung zu durchlaufen dauert ungefähr 200 Nanosekunden das lassen wir jetzt sehr oft laufen mitteln dann über die Ergebnisse um ein besseres Ergebnis zu sehen und hier sehen sie die Wahrscheinlichkeiten abgebildet dafür wenn man das oft laufen lässt dafür dass es darin in diesen Zuständen gefunden werden kann die Erfolgswahrscheinlichkeit dass man im Zustand 00 endet hat 67% also wir hätten eigentlich 100% erwartet aber warum das nicht geklappt hat erkläre ich Ihnen später um das jetzt wissenschaftlich ein bisschen besser zu fundieren machen wir das dann auch noch für die anderen möglichen Suchfunktionen jedes Mal machen wir wieder den gleichen Vorgang und wir stellen fest dass wir mindestens 50% erreichen jedes Mal das ist schon ziemlich gut das ist so im Prinzip eine Messlatte in der wir uns messen lassen müssen im Vergleich mit klassischem rechnen wenn man jetzt einen 2-bit Zustand hat kann man das ist dieser ich fühle mich weil der erfolgte Erfolgsquote wäre der 50% im klassischen Fall also in diesem einfachen Fall sehen wir schon dass wir schon einen quantum speedup gezeigt haben also ihr fragt euch jetzt sicher wie können wir das weiter beschleunigen und wir möchten das jetzt gerne mit 1000 oder 10.000 qubits machen qubits machen da gibt es einige probleme zum beispiel die die ich euch zeige das grösste ist das grösste war auch das term meines phd thesens das ist die dekohärenz das heißt dass das qubit ist nicht nur manipuliert und gemessen von uns selbst aber auch von anderen quantensystemen wie zum beispiel auf dem chip oder wer von der region von kristat oder andere systeme die unsere qubits messen und manipulieren und wie wir das gelernt haben jede messung zerstört das das heißt wenn ein äußeres system das misst zerstört uns das system das war auf der grössten ordnung von ein paar hundert nanosekunden welche das gemacht wurde das zweite war das qubit qubit coupling wenn wir zwei qubits haben können wir einfach ein coupling system entwickeln das heißt wenn wir jetzt hochskalieren mit den qubits sehen wir dass es ziemlich kompliziert wird diese interaktion von zwei qubits schwierig ist an und aus zu schalten das ist wie wenn ihr eine telefonleitung habt mit verschiedenen frequenzen wir haben zum beispiel 1000 teilnehmer und wenn jeder teilnehmer einen teil der bandbreite nimmt an irgendeinem punkt gibt es dann keine bandbreite mehr für neue user so wir haben in unserem system alle frequenzen benutzt für unsere qubits und haben dann eine infrechance und das gleiche problem haben wir für die messung der qubit states das heißt wenn wir diese messung quantum qubits machen auch wenn wir immer noch 90% messen haben wir immer noch 10% übrig welche unsere probleme bereiten und wir haben natürlich noch andere probleme das heißt für quantum computer ist es ziemlich schwierig das ganze ding zu resetten zum null punkt zu bringen und das ist ein problem das wir noch lösen müssen und wir haben das noch nicht vollständig gelöst bisher ich möchte gerne diesen talk beenden mit einem Ausblick den letzten trends von quantum computing das sind einige gruppen in der welt die das versuchen zu verbessern also die ganze qubit sache und helfen möchte einen großen quantum computer zu bauen und ich zeige euch hier ein bild auf einer gruppe von santa barter die haben vor kurzem mit google zusammengespannt um dieses projekt voranzubringen und was die machen die möchten neue architektur konstruieren welche jetzt auch transmond qubits benutzen und resonatoren und die koppeln das in einer anderen art so dass es einfach ist eine große menge von qubits auf dem selben chip zu haben und somit einen richtigen ansatz nennt man auch rescue dann können wir auch über andere fortschritte nachdenken und zwar über qubits selbst einige gruppen zum beispiel in jale und delft und anderen orten machen das mit ersetzen durch 3d resonatoren in diesem beispiel seht ihr eine 3d kapitäts resonator welche wurde auf eine schwefel gesetzt die kohärenzzeit und die lebenszeit des resonatoren ist viel besser als in diesen 2d fällen eine andere sache ist dieses quantum error correction quantum fehler korrektur wir können nicht nur sagen wir möchten bessere qubits bauen aber wir möchten auch schlechte qubits benutzen und algorithmen entwickeln welche diese fehler ausmerzen das ist möglich auch mit quantum bits und es gibt verschiedene Ansätze und es gibt die Systeme die fähig sind eine gewisse Anzahl von falschen qubits auszufüttern und das letzte ist dass wir nicht nur ein normales solides System benutzen aber ein Hybrid von verschiedenen Systemen ich zeige euch hier eine Arbeit von einer Gruppe und das ist ein Hybrid Quantensystem das ist ein sogenannte NV Center in Diamant das ist auch verantwortlich für die Farbe und dies kann auch Quanteninformationen speichern also wir haben ein Qubit und wenn du diesen Status manipulieren möchtest das heißt wenn du es speichern möchtest kannst du es einfach in dieses NV Center in diesem Diamant behalten wir sehen können es gibt sehr viel Forschung in diesem Bereich und wenn wir Moore's Law für Quantum Computer aufzeichnen möchten wenn diese Forschung begann in 1990 die Qubits die wir damals hatten die hatten eine Coherence Time auf vielleicht eine Nanosekunde also es waren verglichen mit heute primitive Standards in den folgenden Jahren viel längere Coherenz Zeiten erreicht werden in 2014 haben wir Coherenz Zeiten von ein paar 100 Nanosekunden und das zeigt dass wir die wirklich benutzen können für einen echten Quantum Computer in der Zufangen Fassung Quantum Computer kommen aber es sind immer noch sehr viele Probleme zu lösen und um diesen Talk mit einem politisch korrekt zu enden es gibt auch schlechte Neuigkeiten denn Quantum Computer werden auch in falsche Händen kommen denn die meiste Forschung ist zurzeit finanziert durch die Regierung und große Firmen das war eigentlich alles was ich euch sagen wollte wenn ihr noch weiter interessiert sind in dieses Thema es gibt noch einen zweiten Vortrag morgen der heißt Diamond Computers Best Friends Diamante sind der beste Freund eines Quantum Computers von Nikolas Halle Halle 6 um 1245 besten Dank für Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen jetzt eure Fragen zu beantworten Ich mal Danke danke für den Vortrag wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit um Fragen zu beantworten bitte stellt euch eine Mikrofone es gibt sechs Mikrofone 12456 da hinten gibt es auch welche und wir haben auch das ISC und Twitter wie vorhergesagt wenn ihr physisch nicht fähig seid zu den Mikrofonen zu kommen weil ihr nicht aufstehen könnt dann meldet euch bitte wir haben noch ein Mikrofon was wir wandern lassen können Hallo danke für den Talk danke für den Vortrag sehr interessant ich habe sehr viel gelernt und wenn ich es richtig verstehe können Quantencomputer wenn ich es richtig verstehe sind Quantencomputer im Moment limitiert wegen der Anzahl von Quantenbits die wir haben können und für hohe Quantenbits ist das halt nicht mehr stabil hast du eine Idee wie wie viel Diamant und wie viele Quanten wie viele Quantenbits und wie viel Diamant brauchen wir bis das bis das groß genug ist dass es mit normalen Computern konkurrieren kann danke das ist eine sehr gute Frage die Antwort darauf was du wirklich erreichen willst mit Quantenbits ist eine gewisse Fehlergrenze zu erreichen wie ich vorher gesagt habe es gibt Möglichkeiten Fehler zu korrigieren für Quantencomputer und wenn man unter eine gewisse Fehlerzahl kommt dann ist es gut genug und für klassische oder Halbquantencomputer ist diese Fehlerkorrektion sehr niedrig aber für neuere Ansätze sind die Fehlerbarrieren höher und deswegen heutzutage ist es einfacher gute Quantencomputer zu bauen ich habe es nicht richtig verstanden aber er sagt das willst du eine machen zwei Fragen die erste Frage ist wir haben die richtige Antwort mit einer Wahrscheinlichkeit von nah an eins gehört ist das auch wahr für die anderen Quanten als dass man immer eine kleine Wahrscheinlichkeit hat das falsche Ergebnis zu kriegen die meisten sind das ist schon wahr also in der Regel kriegt man nah an 100% aber nie 100% also es gibt schon immer eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Fehler wir müssen deswegen immer den Prozess mehrfach wiederholen und dann einfach gegenchecken dass das auch wirklich plausibel ist was man da findet also soweit ich weiß und soweit ich es verstehe sind eigentlich alle Quantenalgorithmen probabilistisch das hat man halt immer eine kleine Wahrscheinlichkeit für einen Fehler hallo vielen Dank für deinen Vortrag ich habe eine kurze Frage und zwar um klassische Computer schneller zu machen brauchen wir also wir brauchen mehr Bits um das schneller zu machen er fragt ob es also in der Regel ist es beim klassischen so dass man entweder die Rechnung schneller macht oder dass man den Instruktionsset ändert was ist hier die Wahrscheinlichkeit dass es weiterbringt die größte Schwierigkeit in Cardinal Computer ist nicht die größte Anzahl auf dem Chip zu haben aber sondern die Möglichkeit eine große Nummer von Qubits zu haben und in diesem Sinne wir würden wir haben keine halb hohe Priorität dass die Größe der individuellen Qubits wenn du die Performance sprichst du möchtest die Zeit das wird gemacht durch die Frequenz zu erhöhen und das Coupling zu erhöhen zwischen den einzelnen Qubits das würde auch die Anzahl der Fehler erhöhen das heißt wenn die Qubits raus aus dem Coupling und reinbringst das heißt es ist immer ein Kompromiss zwischen diesen Vor- und Nachteilen was denkst du über lineare Approximation das sind lineare Ansätze mit lineare Optik das ist eigentlich fast frei von Interferenz und es gibt nette Ansätze aus 2002 und 2003 und die sind dann integriert nur ein Chip und was denkst du darüber ich bin kein Experte über Quantenoptik Computing deswegen will ich auch nicht so viel darüber sagen aber natürlich wie ich vorher schon gesagt habe es gibt viele Ansätze das Problem anzugehen und klar das Rennen ist noch komplett offen und wir werden sehen was passiert und wenn ich jetzt wetten müsste dann würde ich natürlich auf ein Traps setzen also Ionen fallen dies könnte wirklich es gibt auch noch ein zwei andere Technologien die sich als gute Alternative erweisen könnten falls es mit dieser Methode nicht weiter funktioniert wir müssen dabei immer abschätzen bei dieser Methode wie schwierig ist es eine große Anzahl an Kubits zu erzeugen sie zu verschränken und das sind natürlich die Kriterien mit denen man hinterher die Sachen bewerten muss Hallo wenn ihr euer Interferenzproblem habt mit den verschiedenen Frequenzen ist es dann nicht einfach eine Frage ob man einen mehr komplizierteren Wahrscheinlichkeitsspace hat wenn man ein Scaling Problem hat und man hat ganz viele Qubits und man hat nicht genug Frequenzen dafür ah ja ok ich verstehe also das Problem mit unserem Quantencomputer war dass das System sehr simpel war also es war einfach nur ein Kondensator und der hat die Qubits miteinander gekoppelt und das was wir sehen das mit der Universität von Centervabra die haben mehr komplizierte Koppelsysteme also das heißt die Qubits sind da zum Beispiel isoliert voneinander mit ganz vielen Resonatoren und die Koppelungseffekte und Koppelstärken sind dann viel besser als unser System und die sind dann verlässlicher und funktioniert besser für größere Zahl von Quantenbits und es gibt dann ganz viele Ansätze die man machen kann und warum benutzen Leute nicht einfach bessere Supraleiter ich meine das können wir heutzutage schon viel besser die Temperatur ist eigentlich wirklich nicht das größte Problem das wir im Moment haben also wir arbeiten bei niedrigen Temperaturen einfach um thermische Anregungen der Qubits zu verhindern und natürlich wäre es möglich dass man das Material beim Supraleiter ändert aber es wäre natürlich auch sehr kompliziert weil die Materialien die wir benutzen Aluminium und Neovium funktionieren schon sehr gut weil die haben wir schon 10 20 Jahre optimiert und da ist der Prozess sehr darauf abgestimmt und es wäre relativ knifflig einen neuen Prozess zu finden der auf dem gleichen Niveau arbeitet Internet Internet Frage bitte wie viele qubits braucht es um einen Schlüssel einer gewissen Länge zu knacken das ist eine wirklich gute Frage und ich möchte jetzt nicht lügen aber soviel ich weiß ist die Nummer der qubits geht linear mit der Größe des Problems das heißt du brauchst 2000 und so irgendwas bits also mindestens so viele bits wie du in der Größe hast und das geht dann auch mit der Fehler Korrekturen aber ich kann das gerne nachschauen und gebe dann noch eine genauere Antwort Nummer fünf bitte Hallo Ich habe mich gefragt Der Vortrag sah so aus als ob die Richtung der Forschung ist wie kann man wie kann man die Probleme mit Quantencomputern lösen die man heute mit normalen Computern hat aber das Ding was man gerne hätte ist neue Probleme zu finden die man jetzt lösen kann Natürlich die die meiste basische Sache darüber ist wie gesagt mit dem Quantum Computer können wir ganz schwierige Probleme lösen wie für Quantum Krypto also das eliminiert eine Sicherheit und es gibt viel Forschung in dieser Post Krypto Ich würde darauf jetzt keinen Kommentar zu abgehen aber ja auf jeden Fall es gibt viel in der Forschung und sprechen auch mit Quanten Kryptography Vielen Dank Nummer vier bitte Hallo Ich würde interessieren was eure Gedanken sind in der Zukunft wenn viele von diesen Hindernissen weg sind und wenn wir dann Quantencomputer haben die wirklich genug Quantenbits haben und wirklich viele Leute Zugriff darauf haben was denkt ihr was dann vielversprechende Anwendungen für diese Technologie wären Für mich persönlich Cracking Passwörter oder das Lesen von E-Mails ist nicht die Sache für die Quantencomputer bauen sollten aber die Möglichkeit zu simulieren also wenn du heute die konventionale Elektronik anschaust wie zum Beispiel Prozessoren du siehst dass die Größe eines individuellen Prozessors ging immer runter und sind am Limit von einem Prozessor mit ein paar wenigen Atomen und wenn jetzt diese Systeme möchten simulieren und verstehen brauchen wir Quantencomputer und es gibt viele andere Anwendungen wie zum Beispiel Biologie und Proteinfalten und welche wirklich profitieren würden von dieser Technologie also für mich ist es nichts das Knacken von Passwörtern Vielen Dank Was ich gerne wissen würde in der normalen Presse ist immer die Aussage dass wenn man ganz viele Bits haben will das ist ganz schwer und das Problem ist dass für viele Bits die interferenzieren dann nicht mehr damit miteinander und was ich jetzt verstanden habe ist dass die Hintergrundgeräusche sind das große Problem und was ich verstanden habe ist dass man das mit gut dass das Ionen wie ich gesagt habe ich bin kein Experte in Ionen vor allem Computer aber die Qubits welche dort verwendet werden haben eine sehr gute Qualität da die Kohärenz Time ist in der Größe Sekunden und es ist vergleichbar zu Superlighten Qubits und man kann auch sehr schnell auslesen das heißt die Erfolgsquote wenn du auslesst ist auch bei fast 100% das scheint auch sehr versprechend zu sein und was ein Problem sein könnte ist das skalieren wenn man bei einer großen Nummer von Qubits ist dann hast du viele Dinge in der Falle das heißt auch magnetisch Atomfahnen auf einem Chip dann kann man einzelne Qubits und Ions nehmen und die dann rumsortieren und voneinander isolieren und für mich ist einfach das Rennen komplett offen und die eine Art scheint gerade vorne zu sein aber wir können auch zum Beispiel das supraleitende Qubit-Ding verbessern und es ist komplett offen was tatsächlich die Technologie ist die sich durchsetzen wird Nummer 6 bitte Sie haben uns gesagt dass wir immer noch das Binary System verwenden aber wir könnten doch eigentlich auch Zustände also Systeme mit höherer Anzahl an Zuständen verwenden können wir nicht das Binary System einfach hinter uns lassen ja das könnte man machen und in der Tat wir haben damit rumexperimentiert und wir haben das zweite und das dritte Energielevel genommen und dann haben wir eine höhere Basis für unsere Kalkulation aber normalerweise macht man das nicht denn die Beschleunigung die Quantenbeschleunigung die man dadurch bekommt ist nicht exponentiell und das heißt man kann sagen wenn man ein Quantensystem mit drei Zuständen hat dann hat man einen Phasen Phasenraum der zwei hoch drei ist und die Zahl die wir dadurch verändern würden dass wir noch eine Zustand dazu nehmen ist nicht im Exponenten und deswegen ist es nicht wichtig so wir sind jetzt mit der Zeit durch und ihr könnt ihm draußen noch Fragen stellen und ihm auflauern sozusagen bedankt euch bitte bei ihm und ihm den auch in fino und das 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 Vielen Dank.